Willkommen auf dem Kanal von Melnipp an MTG. Heute gibt es eine neue Ausgabe von News, Finanzen und Investments. Alles weitere nach dem Intro. Bis gleich. Ja, wir starten mit den News. Was haben wir diese Woche? Und zwar gibt es zum Thema Restock ein paar Infos. In Commander Legends ist es gerade wieder in die Distributoren-Warnhäuser eingelangt. Kann man jetzt wieder relativ normal bestellen. Modern Horizon 2 sollte nächste Woche auch wieder was nachkommen. Auch deutsche Collector-Booster-Displays. Und Tronofield Train sollte Anfang, Mitte, Juli jetzt auch wieder verfügbar sein. Zu Forgotten Realms ist es so, Pre-Release ist am 16. und bis zum 22. ist in der Woche. Und dann am 23. Juli ist der Release. Es ist sehr kurz gestaffelt. Wir hatten fast keine Zeit, Modern Horizon 2 zu verdauen. Und jetzt kommt schon Forgotten Realms. Da habe ich noch eine kurze Grafik einblendet. Da sieht man, die Rotation ist bald. Also Tronofield Train, Terrorist Beyond Death, Ikoria und M21 rotieren bald raus. Und dann bleiben eben nur mal die Seneca Rising, Kaltheim, Strixhaven und eben das neue Forgotten Realms über. Und ja, von den Sets, die jetzt gerade aktuell noch da hin und sind dann. Dann gehen wir weiter zu den interessanten Infos zu Modern Horizon, zu Modern Horizon, zu Forgotten Realms. Hier haben wir jetzt, es gibt zwölf neue Klassen. Jede Klasse hat eine Karte. Also es gibt Klassenkarten. Hier gibt es quasi, ich habe hier ein paar eingeblendet. Die klassischen, also Barbare, Barde, Kleriker, Druide und so. Also insgesamt sind zwölf Stück. Und die haben alle seine eigene, so ähnlich wie Saga aufgebaut. Kommt ins Spiel, hat einen Effekt und kann man für Mana dann aufleveln, wie die alte Levelmechanik aus Worldwake. Und kriegen dann die zusätzlichen Effekte. Bleiben dann aber im Spiel, werden nicht geopfert. Und die Effekte zählen dann, wenn man es aufgelabelt hat. Also auch die vorgehenden, wenn die irgendwelche Effekte haben, die immer wieder triggern. Wenn es ein Einmaleffekt ist, dann ist der erledigt. Aber es schaut interessant aus. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Dann haben wir noch ein paar, kurz ein paar Spoiler drinnen. Treasure Vault zum Beispiel, interessante Karte. Ist ein fadloses Land. Und kann man für XX-Tappen opfern und Treasure-Token erzeugen. Schaut interessant aus, die Mechanik. Bin gespannt, dass da die genutzt wird. Dann gibt es auch noch diverse einfärbige Drachen. Ist auch interessant. Da werden wir mit dem Blauen eingeblendet. Und auch ein paar coole neue Commander. Zum Beispiel der Minsk, der kommt mit seinem Buh, mit seinem Hamster. Ist auch sehr witzige Mechanik. Du darfst auch eine sehr starke Karte werden. Jetzt gibt es ein paar Updates zu den Singles und Einzelkarten. Wie jede Woche. Mishra's Baubel. Klassiker. Sehr starke Karte. Spiked gerade stark. Durch die ganzen Artefakt-Strategien, die jetzt gerade wieder gespielt werden. In Mordern und überall. Ist das natürlich eine starke Karte, die wieder gebraucht wird. Die hat zwar Barui-Prince gehabt. Vor kurzem auf der Liste auch noch. Und wird trotzdem jetzt da immer wieder vermehrt gespielt. Und steigt stark an. Das gleiche geht für den Arkborn Ravager. Ist auch ein Klassiker. Wird auch in vielen Formaten gespielt. Und je nachdem welche Version. Da gibt es mehrere Versionen. Die steigen auch gerade stark. Was auch interessant ist, Force of Vigor war lange Zeit irgendwie so ein Sleeper. Ist zwar in Commander gespielt worden. Aber wird auch in Legacy und überall gespielt. Ist ein guter Remover. Und steigt auch sehr stark an. Dann Prismatic Ending. Ist eine neue Karte aus dem jetzt Modern Horizon 2. Sehr gute Karte. Ist von den meisten etwas unterschätzt gewesen auch. Man kann die so ähnlich sehen wie ein Path of Exile. Dass man quasi sagt Path to Exile. Dass man quasi sagt man removed. Da natürlich mit Path to Exile nur Creatures. Aber hier kann man Non-Land-Permanent-Remover. Also wirklich alles. Und je nachdem wie verschiedene Mana-Farben man rein zahlt. Kann man quasi die Quereded Mana-Kost erhöhnen. Sehr gutes Remover. Ähnlich auch wie die Modern und Legacy gespielt. Dragons Rage Channel. Auch eine Ankammer aus dem neuen Set. Die wird auch extrem gespielt. Und auch eine sehr starke Karte. Die in Foil auch mittlerweile 7-8 Euro Minimum kostet. Dann den ganzen Eichhörnchen und Chatterfang Commander-Decks geschuldet. Das Grosen Beast steigt wieder einmal stark an. Hatte das letzte Mal noch einen Dosk jetzt wieder erholt. Jetzt geht es wieder nach oben. Gleiche Thematik hat es Suppling-Symbiose. Ist auch so eine klassische Karte, die in Token gegengespielt wird. Macht auch natürlich in dem Fall zwar keine Eichhörnchen, sondern Saprolinge. Aber im Chatterfang natürlich synergiert es sehr stark. Utopia Spore steigt noch immer an. Jetzt wird es zwei Reprints gekriegt. Die wird auch in sehr vielen Formaten gespielt. Nicht nur Commander. Also auch in Legacy halt überall. Die ist sehr teuer geworden, für das, dass es ein Kammer ist. Und ja, der letzte Reprint war ja in Masters 25. Redriffe, der Foundry, auch eine Karte, die in Legacy gespielt wird. Sehr starke Commander-Karte auch. Ist aus dem Commander 2018. Die ist schon bald nicht mehr unter 20 Euro zu haben. Dann Nature's Cloak ist ein Reprint. Es ist kein Reprint, sondern eine alte Karte, die durch einen jetzigen Print im Modern Horizon 2, es durch Javi Maya Cradle of Growth vermutlich ansteigt. Weil die natürlich durch Forest Walk mit valide Strategies, quasi um Gena aus dem Spiel zu nehmen. Und da spekulieren viele darauf, dass die Karte dann auch den jeweiligen Mehrwert bringt und kaufen sich noch ein paar Kopien davon. Dann gehen wir weiter zu den Sealed- und OVP-Produkten. Hier schauen wir uns kurz einmal an. Modern Horizon 2. Set-Displays sind jetzt in letzter Zeit ein bisschen angestiegen. Also englische schon fast bei 2,15. Also die sind weitaus teurer als beim Release. Draft-Displays im Gegenteil kosten ungefähr rund die 170. Also das ist ein sehr großer Gap dazwischen. Wobei die Ausbeute zwischen den zwei Dispaces gar nicht so unterschiedlich ist, bis auf die Release-Karten. Dann, hier ist ein sehr interessantes Produkt, Commander Collection Green. Noch sehr, sehr billig, auch in Foil, noch immer um 100 Euro zu haben. In Non-Foil um die 40 Euro. Nicht stark quasi gestiegen. Sollte man überlegen, wenn man die Karten aus dem Collection braucht, sind sehr starke Karten drin, die quasi fast jeder in einem Stapler in Command-Tex sehen kann. Und wird nicht ewig dauern, wie die quasi so günstig bleiben werden. Dann werden bald auch einsteigen. Dann haben wir hier eben Commander Legends Draft-Displays. Die sind jetzt aktuell günstiger worden. Falls jemand noch sich welche zulegen möchte, der noch keine von ihnen hat oder noch mehr davon haben will, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt durch den aktuellen Restock, den es gegeben hat. Die sind unter 100 Euro wieder zu haben. Die waren schon noch billig über 100 Euro. Dann müsste die Buser-Displays so, dass die auch jetzt da, die sind relativ stabil immer auf den 150, 160 Euro gewesen. Also bleiben auch noch in dem Preisniveau, also das ist jetzt voll geändert. Aber der Expected Value, also die Karten, die drin sind, sind jetzt wieder einiges gestiegen. Also es sind sehr starke Karten drin, die man gut für verschiedenste Decks brauchen kann. Und vielleicht kann man sich da überlegen, jetzt noch eins zuzulegen. Jumpstart, ja, erwähne ich jedes Mal. Sehr starke Displays, sehr starke Prints. Jetzt aktuell durch den letzten Restock, den es gegeben hat, der vermutlich einer der letzten war, weil es ist ein M21-Produkt und wenn M21 rausrotiert, wird vermutlich auch Jumpstart nie wieder geprintet werden. Das heißt, vielleicht gibt es einmal Jumpstart 2, aber dieses Jumpstart wird verschwinden. Es sind nicht mehr so viele am Markt. Es wird auch vielleicht nicht mehr viel nachkommen. Und wer sich da noch eindecken will, könnte jetzt vielleicht überlegen, sich ein paar zu holen. Ikoria ist gerade wieder runtergegangen. Das war schon ein bisschen teurer. Jetzt bald auch Out-of-Print. Also theoretisch wird es nicht mehr gedruckt, sondern sind immer die Restverstände von den Disruptoren verfügbar. Aber jetzt noch günstig zu haben und wird nicht mehr lange unter 100 Euro sein. Da sind sehr starke Karten drin. Auch im Landslot zum Beispiel die Triome, die gebraucht werden, sollte man sich überlegen. Tron of the Train habe ich nochmal drinnen als Information. Wie gesagt, sie ist jetzt durch den bevorstehenden Restock schon gesunken. Die waren schon mal auf 120 oben. Sind jetzt wieder auf 110, 105 in dem Bereich runtergegangen. und vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, sich noch welche zu holen, bevor die Rotation zuschlägt. Was auch noch interessant ist, Masters 25 immer noch relativ günstig zu haben. Wobei nicht mehr so viele Boxen. Also wenn man da schaut, sind verfügbare Artikel 189. Also es ist keine große Anzahl mehr, die da am Markt verfügbar ist. Könnte man sich überlegen, ob man sich welche zulegt oder vielleicht nochmal uns zum Eifeln nimmt. War auch kein so schlechtes Produkt. Jetzt zur aktuellen Zeit sind da sehr gute Karten, die gebraucht werden drin. Und die letzte Rubrik, die wir heute haben, Reserved List. Hier haben wir ein paar Updates. Reflecting Damage steigt wieder ein bisschen an. Wo das genau gebraucht wird, ob es nur Spekulation ist, ist nicht ganz klar. Ich vermute eher, nur Spekulation ist keine so unbedingt spielbare Karte, die auch keine großen Synergien oder so hat mit irgendwas. Rashida, die Drachenhäuterin, die steigt sehr stark gerade an. Da gibt es ein paar Spekulationen, ob die in einem gewissen Text relevant ist. Jetzt vor allem mit den ganzen Drachen auch, die jetzt kommen. Witzig zeigen. Earthcraft ist wieder den Eichhörnchen-Text geschulert. Ist eine perfekte Karte, in einem Chatterfang für zum Beispiel mit dem Squirrel Nest Infinite Tokens zu machen und da quasi Spiel damit gewinnen. Eine sehr starke Karte kann man nicht verleugnen und die speikt jetzt gerade wieder einmal rauf, weil viele Leute denken, sie brauchen sie für die Decks. Corpstance, witzigerweise, jetzt haben wir einen Gegenzug. Einige Reserved-Diskarten sind jetzt wieder beim Billiger-Währen, was sehr gut ist auf Handy. Das heißt, man kann dann wieder einmal ein paar alte Karten nachkaufen. Corpstance zum Beispiel fällt jetzt gerade schon einiger Zeit schon. Also was eine interessante Beobachtung ist, wenn man weiter schaut, das nächste wäre ein Green Monolith, der ist auch jetzt im Wert gefallen. Der war auch schon im sehr guten Zustand, in Englisch war er auch schon 250, 260 Nummer zu haben. Jetzt gibt es schon wieder ein paar günstiger am Markt. Vielleicht kommt bald eine Zeit, wo man sich etwas zulegen kann. Also da muss man den Markt genau beobachten. Und da haben wir noch als letzte Karte für heute, Treasury, ebenfalls, man sieht auch hier, die Karte ist jetzt wieder in einem normaleren Preisbereich zu haben, also 70 Euro rum. Und vielleicht auch zu guter Zeitpunkt, sich welche zuzulegen, sind nicht mehr so teuer, wie sie vor kurzem waren, wo sie gespiked sind. Gut, das war es für heute. Das ist das Update. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Video etwas anfangen. Wir sehen uns beim nächsten. Macht es bei der aktuellen Verlosung mit. Und vielen Dank fürs Zuschauen.